Die Gerüchteküche brodelt um den potenziellen neuen Teil der Black Ops-Serie, der sich angeblich um den Golfkrieg dreht. Das von Treyarch entwickelte Spiel soll sich mit den geopolitischen Folgen des Kalten Krieges befassen und verspricht eine nuancierte Handlung aus verschiedenen Perspektiven, die in den Golfkrieg involviert sind. Der geplante Titel scheint sich von der futuristischen Technologie zu entfernen, die einige der letzten COD-Spiele bevorzugt haben, und konzentriert sich stattdessen auf traditionelle militärische Kämpfe und klassische Black Ops-Gadgets. Gerüchten zufolge ist mit einer Veröffentlichung Ende 2024 zu rechnen, verbunden mit Hinweisen auf einen aufregenden Vorbestellungsbonus, ein umfangreiches Angebot für den frühen Zugang, das eifrigen Fans den Weg ebnen könnte, um schon Wochen vor dem offiziellen Start in die Action einzutauchen. Halte die Augen offen, dieses neue Call of Duty könnte ein aufregender Sprung zurück auf ein traditionelleres Schlachtfeld sein.